Herzlich Willkommen bei der Service Group. Was wir machen? Wir unterstützen sowohl in der Telefonie als auch in der Sachbearbeitung. Banken können Dienstleistungen, die sie normalerweise selber anbieten würden, einfach an uns auslagern und wir können das von A bis Z abbilden. Aktuell haben wir um die 500 Mitarbeiter verteilt an unseren Standorten. Wir sind für die Kunden der Bank 24 Stunden, sieben Tage die Woche, übers Telefon und über E-Mail erreichbar. Chat machen wir auch. Wir bieten im Prinzip das Komplettpaket, also wir bieten alles aus einer Hand. Meine Aufgabe ist das Lösen von Problemen im Online-Banking. Wir nutzen Fernwartungssoftware, damit haben wir die Möglichkeit bei der Navigation zu helfen. Wir arbeiten genauso wie die Volksbank und Raiffeisenbanken mit dem System AGREE 21. In der Personalabteilung sind meine Aufgaben alles, was den Mitarbeiter betrifft, seien es Lohnabrechnungen, Bewerbungsgespräche, Stellenanzeigen. Ich bin Mama einer kleinen Tochter, habe privat einige Verpflichtungen, die sich trotzdem mit der Arbeitsstelle hier bei der Service Group sehr gut vereinbaren lassen. Man sagt ja immer, man wächst mit seinen Aufgaben. Zum einen wurde mir die Chance gegeben, dass ich mein Masterstudium hier mache. Und zum anderen durch die ganzen Projekte, durch die ganzen neuen Tätigkeiten. Das war so spannend für mich, dass ich persönlich eine sehr große Entwicklung hier gemacht habe. Wir sind die Service Group AGREE. Wirtschaft Tor. TV G3 G G3 G3 G4 G3 G6 G4 G3 Untertitelung des ZDF, 2020